Der Mann ist die Kultur, die Frau die Natur. Ein Grundsatz, der bis weit in die Antike zurückreicht, heute noch Bestand hat und die grundlegende Essenz bildet für die Verfilmung eines Romans, der Millionen Deutsche, vor allem die Frau, zu Tränen gerührt hat. Ja, ein ganzes halbes Jahr kommt jetzt endlich in die Kinos und alle, die das Buch gelesen haben, wissen, sie müssen auf alle Fälle ein Taschentuch mitnehmen. 2014 war der Roman ein ganzes halbes Jahr das meistverkaufte Taschenbuch in Deutschland, wurde sogar in 32 Sprachen übersetzt. Die Erwartungshaltung auf den Film ist damit relativ groß. Sie haben doch nicht meine Augenbrauen abrasiert. Nur die eine. Darf ich Sie ausführen? Du hast also echt ein Date mit Will Traynor. Zu viel Möps. Wo das rote Kleid raus. Ich will noch nicht rennen. Ich will einfach ein Mann sein, der mit einem Mädchen im roten Kleid im Konzert war. Noch ein paar Minuten. Ich habe meinen Eltern sechs Monate versprochen und genau das habe ich ihnen gegeben. Aber das war, bevor ich da war. Ich will, dass er lebt, aber nur, wenn er leben will. Das können wir nicht einfach zulassen. Menschen kann man nicht ändern. Was kann man dann tun? Sie lieben. Ich möchte nicht, dass du all das verpasst, was ein anderer dir geben könnte. Aber ich kann dich glücklich machen. Du hast aus mir einen vollkommen neuen Menschen gemacht. Weißt du was, Clark? Du bist so ziemlich der einzige Grund, weshalb ich morgens aus dem Bett will. Im Mittelpunkt des Films steht die nicht alltägliche Liebesgeschichte zwischen Louisa Clark und Will Traynor. Sie, eine zukunftslose, aber recht straighte, toughe Frau. Er, der schillernde Milliardär, der eigentlich im Leben alles erreicht hat. Bis das Schicksal kam und sein Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ja, und Will hat das große Thema oder das große Problem, dass er nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist und letztendlich auch den Mut am Leben verloren hat. Und Louisa wird engagiert als seine Haushälterin oder Gesellschafterin. Und die zwei kommen überhaupt nicht miteinander klar, am Anfang zumindest. Die beiden verlieben sich ineinander und letztendlich haben sie wirklich nur noch ein ganzes halbes Jahr, weil Will eigentlich gesagt hat, er möchte nur noch ein halbes Jahr leben, weil er sein Leben für nicht lebenswert hält und sie ihm aber zeigen möchte, dass dieses Leben lebenswert ist. Was dann passiert, das wissen zumindest die Leute, die das Buch gelesen haben. Was macht das Leben lebenswert? Eine brutale Frage, die sich Louisa und Clark für sich persönlich beantworten müssen. Ob der Film genau auf diese entscheidende Frage eingeht, überzeugt euch selbst. Lächeln Sie mich nicht so an. Wieso nicht? Weil ich nicht weiß, was das bedeutet. Woher haben Sie Ihren exotischen Geschmack? Wie meinen Sie das? Aus dieser Gegend wohl kaum. Wieso nicht? Weil hierher nur Leute kommen, die keine Lust mehr auf das wahre Leben haben. Die meisten hier finden es schon aufregend, wenn in der Bibliothek ein neues Bitte-Ruheschild aufgehängt wird. Sie sollten hier raus, die ganze Welt erobern. Ihre Koboldschuhe zwielichtigen Männern zeigen. Ich mag mein Leben. Sie mögen alles. Ich bin glücklich hier. Das sollten Sie aber nicht sein. Ich hätte fortgehen sollen. Ich hatte einen Studienplatz in Manchester. Was wollten Sie denn studieren? Mode? Warum sind Sie nicht gegangen? Wissen Sie, was ich in Ihnen sehe? Sagen Sie nicht Potenzial. Potenzial. Sie müssen Ihren Horizont erweitern, Clark. Sie leben nur einmal. Und Sie haben die Pflicht, es in vollen Zügen zu genießen. In der Verfilmung des Romans, bei der Jojo Moyes höchstpersönlich das Drehbuch verfasst hat, spielen einige bekannte britische Film- und Serienschauspieler mit, die bei ein ganzes halbes Jahr ein anderes Gesicht zeigen, als man es von ihnen gewohnt ist. Ja, also zum Beispiel Sam Cleflin, den kennt man aus die Tribute von Panem. Dort hat er den wunderschönen Figgins gespielt und hat die Frauenherzen wirklich im Sturm erobert. Der spielt jetzt Will und an seiner Seite Emilia Clarke, die kennen die taffen Jungs aus Game of Thrones. Ein weiteres bekanntes Gesicht in der Romanze, Matthew Lewis. Er hat uns damals in Harry Potter verzaubert, wenn auch auf etwas tollpatschige Art und Weise, denn er spielte damals Neville Longbott. Braut oder Bräutigam? Weder noch. Sie? Patentante der Braut, damit bin ich moralisch für Sie verantwortlich. Da habe ich wohl ziemlich versagt. Oh, Sie halten also nicht viel von ihr? Das ist ja deprimierend. Aber nüchtern übersteht man ja sowas nicht. Oh, Sie meinen, da ist Alkohol in diesem Zeug? Ja, natürlich, Schätzchen. Und ich ermutige Sie dazu, so betrunken wie möglich zu werden. Denn es gibt Gerüchte, dass der Vater der Braut uns mit noch einer Rede quälen will. Oh nein, aber ich muss doch Will noch nach Hause fahren. Oh ja, der junge Will. Er war Ihre Chance, wissen Sie? Der Einzige aus diesem Haufen, der etwas getaugt hat. Was für ein Jammer. Er ist ja nicht tot. Nein, für Sie, nicht für ihn. Ich meine, Rupert ist ein Arschloch. Achten Sie auf ihn. Ein guter Mann. Ich weiß, wovon ich rede. Viermal verheiratet, Tendenz steigend. Ein ganzes halbes Jahr ist natürlich ein ernster, sehr sentimentaler, sogar trauriger Film, der sich mit einem Thema beschäftigt, das in unserer heutigen Gesellschaft oft verdrängt wird. Was macht das Leben lebenswert? Was kann ein querschnittsgelähmter Mann für Gefühle aufbauen? Wie bringt uns die Leseseurin diesen Roman richtig rüber? Ja, also mit dem Film wurde aber nicht nur ein Drama geschaffen, sondern wirklich eine schöne Love-Story. Und natürlich muss man rausgehen aus diesem Film und denkt über sein eigenes Leben erstmal nach. Passend zur EM, also ein gutes Kontrastprogramm ist da gelungen. Wirklich ein ganzes halbes Jahr ist ein sehenswerter Film. Wer zum Beispiel Filme mochte wie das Schicksal ist ein mieser Verräter, wird da wirklich absolut gut aufgehoben sein. Die Kritiken, die hassen diesen Film. Sie haben ihn wirklich verrissen, aber das Publikum liebt ihn. Der hat wirklich bei den Zuschauern nur Bestnoten bekommen und war auch in den USA zu Recht Platz 1. Ein ganzes halbes Jahr wird sicherlich zum Nachdenken anregen, euch emotional aufwühlen und natürlich auf die Tränenrüse drücken. Ach, ich glaube, das hier wäre immer noch mein Lieblingsort. Weil sie noch nirgendwo waren. Ach, wo ist das denn besser als hier? Paris. Plastrophin gleich am Pornhub. Na dann los, wir könnten auf der Stelle in den Eurostar steigen. Nein. Sie haben doch gerade gesagt... Sie verstehen nicht, Clark. Ich möchte als ich in Paris sein. Das alte Ich. Mit hübschen Französinnen, die mich anlächeln. Darauf könnte man sich doch freuen. Wenn ich jetzt meine Augen schließe, weiß ich genau, wie es sich anfühlt, an diesem kleinen Platz zu sein. Ich erinnere mich an die vielen Eindrücke. Ich will nicht, dass diese Erinnerungen gelöscht werden, vom Kampf an einen Tisch zu passen. Den Taxifahrern, die sich weigern, mich zu fahren. Und dem Akku meines Rollstuhls, den man in den Steckdosen dort nicht laden kann. Showende, aber nur für heute. Das GOP Varieté-Theater mit der Show Die Clowns Company präsentierte die Szene München.